. . Bestimmt ja. Hallo? Wir hätten den Feuerlöscher nicht loslassen sollen. . Omnitool. Mit Viruschip. Out, bitte. Wo ist mein Feuerlöscher? Da bist du mein Freund. Ich kann ihn nicht mehr aufheben. Er klemmt unter sich fest. Ich muss voll mit der Maus rumfahren. Oh. Oh. Oh, das ist hell. Wer ist da? Hallo. Ich liebe dich. Oh, hey little guy. Didn't expect to see you again. Mein Freund, Freunde. Unser Kumpel. Hallo, kleiner Mann. Wo bist denn du? Und den nehmen wir mit. Der ist so süß. Oh, hallo. Wo sind wir bloß? Noch ein Freund. Guck mal, Kumpel. Noch mehr Freunde. Hier schenke ich dir. Oh, nicht umfahren. Und ist er kaputt. Du hast jetzt davon. Unser Freund. Jetzt bin ich wieder glücklich. Delta. Wir wollten aber nach Theta, ne? Warum schnachst du? Alles gut. Sagst du uns, dass wir da lang müssen? Was denn? Oh, Kumpel. Hier wurde irgendwas hergestellt. Vermutlich. Ich hab keine Ahnung. Autos? Sieht aus wie so ein Autofliesband. Aber ich wette, so sehen alle Fliesbänder aus, die irgendwas herstellen. Da haben wir's. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ein Generator? Ein Rettungsschiff? Das könnte eine Rettungskapsel sein. Hey, die haben doch hier Zeuge in den Weltraum geschossen. Vielleicht ist das eine Weltraumrakete. Guck mal, unser Kumpel hat Freunde gefunden. Leider inaktiv. Control Room. Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung, ob wir da rein wollen. Ich glaub... Oh, oh. Ich hab mich dem Ding noch nie genähert. Ich weiß nicht, was das macht. Und ob das überhaupt was macht. Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung. Also, unserem Freund tut's schon mal nichts. Unserem kleinen Kumpel. Ich mach's da einfach ganz schnell auf. Dann muss ich... Hey! Oh! Oh! Dankeschön, kleiner Mann! Ja, superbraver Robo bist du. Oh! Superbraver Robo bist du. Du hast das gesehen? Du hast das gesehen? Du hast den Akers fucking injecting das shit in dem? Er hat mich ziemlich gut gemacht. Ich glaube, ich habe es schlimmer gemacht. Ich kann es fühlen. Kannst du ihn sehen? Fuck! Er hat einen Zeppelin. Er ist zurückgekehrt. Wir müssen ihn aufbauen. Weil es gehen. Er ist nicht... Wo? Wir müssen ihn weg, haben wir. Das ist nicht Music. Wir müssen ihn aufbauen. Wir müssen. Sie gehen. Ich werde nicht. Ich werde nicht aufbauen. Das ist einfach nicht. Geh auf! Wir müssen aufbauen. Geh auf! Wir müssen uns aufbauen. Der ist unser Kumpel! Hallo! Wir sind offensichtlich nicht für Räume konzipiert. Darum bleiben sie gleich ganz brav draußen. Ein Knopf! Großer roter Knopf. Ich hab drauf gedrückt. Und wir sind nicht in die Luft geflogen. Das heißt, das war vielleicht ein guter Knopf. Aber ich hab keine Ahnung. Hey du! Wo gehen wir jetzt hin, Kumpel? Da ist der. Was mein Tag findest du nicht? Kann ich glauben, wie sehr... Ich bin jetzt weggerannt. Ich hab's nicht mitbekommen. Also so böse sind die auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist ja schon mal etwas. Das ist ja schon mal etwas. Transport! Fehlfunktion! Rahmenkomponenten nach Lambda, Theta. Rumpf von Lambda. Archiville nach Phi. Delta-Überquerung Theta. Komorebi. Vermessungsgruppe von Theta. Unspezifiziert nach Theta. Zeppeline. Nicht herstellbar. Nicht herstellbar. Nicht herstellbar. Antenne. Hallo? Achso. Wir nähern uns aber, Theta. Der 9 auf 40. Ne, der 840 ist noch im Dienst. Und der 49, den können wir vielleicht rufen. Transportposition verloren. Antenne manuell einstellen. Funk. Defekte Audio-Puffer wiederherstellen. Okay. Zwei Daten. Straski? We can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zepps just keep losing their set roots. Voljet did say that you could have fixed it on your side by re-digging the Antenne. Guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goye, and Kreer. Yeah, cause the Zeppel being a stubborn old man. Alright. See you soon, Brandon. Happy E-back. So, 2014. Ein Jahr, ein halbes Jahr später. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, I didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. And I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Okay. 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 Das ist die�le versetzen. Und schaut mal, da ist überall dieses schwarze Bauzeug. Das verhält sich schon mal wirklich wie ein Krebsgeschwür. Was? Kumpel. Du brauchst gar nicht quietschen, ich beschütz dich. Boah, was auch immer. Auch von dieser riesigen Hand. Ich glaube. Oh, oh. Vielleicht hat auch dieser Typ das mit den Leuten nie gemacht. Nicht der Peter, sondern der Terry. Delta. Das ist alles schön und gut, aber wir wollen doch nach Teta. Auf unsere Robo ist eben Verlass. Hey, nicht gegen meinen Kopf fahren. Liegen, was auch immer. Treiben. Oh Gott. Freunde, ich weiß nicht, sollen wir die Dinger jetzt anfassen oder nicht? Ich fasse mal nur ein paar an. Also, ich habe schon mal in ein anderes Let's Play geschaut. Es hat nichts mit irgendwie Skillpunkten oder sonst was zu tun und das wäre ja wichtig. Allerdings habe ich nicht so weit geguckt, dass ich weiß, wofür es gut ist. Aber ich lasse es einfach mal, weil ich bin sicher, jeder andere Let's Player krabbelt die an und ich mache es jetzt einfach mal nicht. Ihr wisst ja, Rebell, wo es geht. Teta, wir müssen einfach nur nach Norden. Omikron. Omikron, Teta. Viental. Diese Pampe hier, ey. Ist noch ein Knopf. K8 heißt unser Kumpel. Das sind die Bulls. Denen habe ich mich bisher nicht genähert. Topa haben wir auch schon gesehen. Qualia glaube ich jetzt nicht. Intelligenz. Komplexes AN7U. Leichter Universalhelfer. Anmerkung. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Oh, ist der süß. Komplexes AN5U. Mittlerer Arbeiter. Fernlenkpilot unterstützt. Fernlenkpilot. Okay. Super. Intelligenz. Komplexes AN7U. Wieder K8. Ja. Klasse Mini-UH. Kein Fernlenkpilot. Der K8 auch nicht. Qualia. Intelligenz. Einfaches A2U. Forschungsflugzeug. Obligatorisch. Anmerkung. Also Fernlenkpilot ist obligatorisch. Das Fahrzeug verfügt nur über die Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Kronstedt-Täter betrefft Delta-Evakuierung. Terry. Da ist er wieder, der Terry. Es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Täter am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronstedt-Täter betrefft deine Beerdigung. Fick dich, Kronstedt. Moment, müssen wir unten anfangen? Fick dich, Kronstedt, ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnisse, mich zu zwingen, Terry. Kronstedt, das sind nicht meine Befehle, du Knallhüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du wirst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Kronstedt, morgen von Strassky, Täter. Evakuierung erfolgreich. Herr Akers, mit Freunden informiere ich Sie, dass Ihre Besatzung Täter sicher erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können. Dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Peter Strassky, das ist der Peter. Okay, Freunde. Also, der Terry ist sehr ungehalten. So fick dich und so. Er geht nirgendwo hin. Ihr Lieben, ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen und nochmal das bei der Leiche abhören. Weil ich glaube, mit dem Terry ist irgendwas nicht in Ordnung. So, das war vier Monate später von Strassky. Schöne Weihnachten. Akers ist Peter Strassky. Dann ist das hier Terry Akers, oder? Müsst hinkommen. Schöne Weihnachten. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Täter gebracht werden möchten. Peter Strassky Zentrale. Local Access. Terry Akers hat sein tausendstes Schachspiel gewonnen. Schach. Fehler. Gegner beschädigt. Okay. Ich möchte jetzt ehrlich nochmal hören, was die Leichen gesagt haben. Ob die auch über Terry gesprochen haben. Weil wenn ja, und Terry mit was auch immer im Gut nach Täter aufgebrochen ist, will ich da ehrlich gesagt gar nicht hin. Vielleicht war der von diesem Zeug abhängig. Von diesem Wow-Papp-Zeug. Was auch immer. Ist das eine von den Antennen, die wir ausrichten sollen? Nur kaum. Der hat gar kein... Ne? Gar kein so'n Dings da. Da hinten ist wieder der Große, der Bullen. Kuppel! Kuppelchen macht das auch nicht auf. Ist halt so. Ist aber hier. Der ist auf dem Weg weg. Kein signal. Ah, das ist wohl die Antenne. Kein signal. Kein signal. Ich glaube, wir suchen gerade so'n Luft-Link-Verbindung. Ich glaube aber, wir brauchen den Gelben. Auf der anderen Karte war der Gelbe bei Täter. Link-Verbindung. Okay, das klappt. Das muss gewesen sein. Okay. Okay. Ich halte mich fest Freunde, das ist aber kein Menschenauge, oder? Menschenauge hat doch nicht so fetten Hinterbau Ja, das sieht aus wie ein kleiner Freund Nee, eigentlich nicht Ich wusste da jetzt gerade an ein... Ihr wisst schon, was sonst noch die Form hat Da musste ich gerade dran denken Aber eigentlich ist auch das kein Freund Und die mahnen halt auch noch Wenn es überhaupt Maden sind Monster? Ah, Anemonen Jetzt bin ich gespannt Anarchie? Oder das alles sehende Auge? Ich weiß es nicht Das Licht schmerzt in meinen Augen Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche Um die Erlösung zu sehen Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen Sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln Ach, du heilige Scheiße Was ist mit dem Typen los? Er hat sich die Augen entfernt Okay, da ist was Ich hab's schon gesehen Hauptsache Schachspielen, ey Wieso glaube ich, dass da die Leiche drin ist? Oh Mann Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert Ich muss sie aus dieser Hölle retten Muss sie schlafen lassen Sie in meinen Klarträumen einschließen Ja, mach das mal Mit wem hast du nur Karten gespielt? Du warst doch allein Oh Hab was runtergeschmeißt Klatsch Ah, Tabletten sind das Okay Sie anzusehen Wie Wow Delta übernimmt Ist ziemlich aufregend Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen Ja, sogar in den Schatten zu stellen Alter Die Wow Können wir da nur Schach spielen, sonst schlägt's? Da ist sich die Augen entfernt Ja, kommt vor Ich war noch nicht Nein Nein Hm 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 Hey, Kumpelchen! Boah, es ist schön, dass du immer da bist. Ich fühle mich gleich viel besser. Allerdings, deinen Kumpel möchte ich lieber nicht kennenlernen. Das verstehst du sicher. Ich glaube, diese Gebäude, die so im Schatten liegen, bringen uns nichts. Das ist so mal eine Vermutung, weil das Ganze wäre sonst zu weitläufig. Und es ist schon extrem weitläufig, das hier. Wartet mal, wir haben euch jetzt die Antenne ausgerichtet. Lasst uns mal zurück zu dem Schaltpult gehen. Und ich versuche nochmal, die Leiche zu finden. Ich möchte wissen, ob Peter, nein, ob Terry die umgebracht hat. Das würde mich jetzt echt interessieren. Control Room, genau da war es. Ziemlich creepy alles. Hi da. Kinkos. Kinkos. Was the fuck? Terry hat denen das Zeug auch gespritzt. Sich mit Sicherheit auch. Kann nicht anders sein. Sonst wäre der nicht so durchgedreht, oder? Nee, sonst wäre der nicht so abgedreht. Die Wow hat den, glaube ich, kontrolliert. Warte mal. Scheiße, Freunde. Halbes Jahr später. Terry Akers. Ich habe mich verletzt. Ich würde gerne nach Theta kommen. Ich werde Delta sleep. Natürlich. Wow. Ich habe nicht erwartet, dass Sie wieder von Ihnen wiederholfen. Es ist so lange seitdem Sie in. Wir haben ein paar Divers in Zeppelin surveying Lambda in der Moment. Ich hoffe, dass sie dich wiederholfen. Danke für die Warnung. Ich hoffe, dass sie willkommen fühlen. Du bist willkommen. Okay, ich werde dich sehen, wenn du hier kommst. Terry Akers Freund hat irgendwas nach Theta gebracht. Ich will gar nicht wissen, was. Scheiße. cool.